ARD Text im Auftrag des ZDF Was flaps? Ich nehm's auch gerade auf ey Was ist das jetzt? Irgendwer meine Voice-Line? Ja kkkk Also der Hanno hat auf deutsch das hör ich dir gesagt Oh und oh und 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 Ich kann nicht sagen Wovon wir sind skannt hier Denkt der wirklich dass das ne gute... Oh ne macht der Mitte Ihr dürft dem nicht vertrauen ne Sobald das hier aktiviert wird wird er nämlich auch... Dann müssen wir rein rennen Dann müsst ihr sofort rein rennen Ich stell mich euch immer hin Ich auch Jetzt claimen wir alle diesen Scheiß drin Du musst auch noch Demo-Pan machen Du musst auch noch Demo-Pan machen Oh Gott was hab ich Ich hab Britzel-Dings Ich hab Britzel-Dings Ich hab Britzel-Dings Ich hab Magneten-Britzel-Dings Ich muss mein HUD echt äh Updaten Skeletter Kämpft für mich ihr kleine Spastiker Ich hab Bomben Ich hoffe das Drift drehen Ich bin wieder instant drüben Bin wieder drüben Noch mehr Skelette Noch mehr Skelette Oh Gott Ich hab mich erwischt Ich hab zwei Typen erwischt Drei Typen erwischt Drei Typen erwischt Na lass mich noch rennen Nein Lass mich rein Aua Ich mach den Thermoman Und dann den Stickyjumper Und dann den Helm Und dann den Bootlegger Und dann den Keine Ahnung Was ist das für'n Hut den du hast? Was ist das für'n Hut den du hast? Warte 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 Bleib einfach stehen Bleib einfach stehen Nein Muss ich dir echt spectaten jetzt? Nein Ich fett's jetzt hoch Aber vorher mach ich mich klein Ich bin klein Ja Nein 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 Scheiße Das Ding ist etwas zu weit Jetzt Guck ich an Thomas Oh Gott Was ist das für'n Hut Alex? Den du da aufpasst? Das ist der komische Dingens Das ist der komische Dingens Warte Da ist der Squidslet Achso Sobald das Tor offen ist fett sich einfach mit zwei Stickies hinter Zum Buch Das Tor soll aufgehen Ja jetzt ist es offen FETZ Oh Gott Das war'n Fail Nochmal FETZ Ich hab die Sentry down Ich bin gefetzt Oh Gott ich bin tot wegen nem Pyro Ja mich hat auch ein Pyro gerade getötet Was? Was? Jetzt Pallo Geister Weisbrot 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 Ich find's wein Ich find's von Valve auch noch so mies Dass man dabei zugucken darf Wie der Gegner einfach nur gewinnt Ja Fetzt mit deinem Geister rum Fetzt Los wir müssen noch Wir müssen wieder Dingens machen Ich komm Oh ich hab'n Geschenk 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 Ich hab's geschafft Ich bin tot Ich suche jetzt mein Geschenk Mach das wenn du willst Regne Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und wenn ich mich jetzt töte, dann sollte ich das Geschenk bekommen, ne? Ah, nö, ich musste Team Fortus jetzt mal neu laden. Nö. Alex, guck dir mal dieses Teil an, das mir hinterher fliegt. Ja. Okay, ich hab irgendwie diesmal nichts bekommen. Warum auch immer. Äh, doch, aber wie gesagt, ich musste bisher Team Fortus immer wieder dafür neu laden. Oder mehrmals sterben. Okay. Ich hab die Idiotenbox hier in den Soldier, das find ich gut. Anu hat die Gryphon Skawks bekommen. Für den Spall. Ich hab bloß so ein Sniper-Ding insgekriegt, ey. Ich zeig euch mal ein geiles Alton. Alton, mein Demoman tanzt einfach voll wild, guck ihn dir an. Ja, guck mal, was meiner macht. Das ist der von Anu. Ja. Ähm. Chill, chill, chill. Chill, chill, chill. Wetten, ich komm jetzt rüber? Hallo. Oh Gott. Oh, ist offen. Ich hab Armschinen, ey. Geil. Was hab ich? Monokulus. Ja. Zwei Monokulus spammen. Ich spamm meinen oben hin. Was mach ich jetzt, Orwell? Meiner ist auf der Brücke. Und was hab ich jetzt? Jetzt hab ich Zombies. Nein. Diese Skelette. Wie funktioniert Air Control? Please explain me. Äh, A und D. Und wer hat das Maus bewegen? Hier wieder Monokulus. Was hab ich jetzt neu gekriegt? Ich hab wieder Monokulus. Und ich muss mein HUD immer verdammt updaten. Ja, dann update das doch. Wow. Was hat mich so doll fetzen lassen? Ich wollte gar nicht so doll fetzen. Und ich hab echt so niedrig gefetzt. Ich weiß einfach nur, dass ihr die Armschinen seht. Die sind cool. Was für der Pyro da? Ich hab einfach so cool, dass hat die Kette. Alter, der kriegt Monokulus. Das ist böse. Äh, reicht es, wenn ich einfach so raus tabbe und dann nochmal neu mache? Also, HUD-Erneuerung? Ähm... Ich glaube, dann wird dein HUD-Updater sagen, er hat keinen Zugriff. Okay, dann mach ich mal schnell so raus. Na, update ich. Oh, oh, Sniper, Alex. Oh Gott, hinter den Kühlschrank. Eindeutig hinter den Kühlschrank. Da unten ist es Solly auf diesem Felsen, Alex. Geil. Und von da aus kannst du auch schießen, ne? Ja, aber von da aus kann man auch eigentlich hier hoch. Man muss sich nur ein bisschen anstrengen. So, ich lad jetzt... Oh, blauer... Alex, blauer Monokulus, pass auf. Scheiß doch, wir sind hinter dem scheiß Kühlschrank, das sieht er uns nicht. Er visiert uns immer wieder an. Scheiß doch, solange jemand anders in der Nähe ist, ist alles egal. Oh, gut. Der Kühlschrank hält dir aber ab. Ja, es ist ein Kühlschrank. Was hast du erwartet? Ja, fast. Ja. Es ist der allmächtige Kühlschrank. Na, ja. Ja, ehrlich mal. Yes. Was hab ich gekriegt? Oh, ich kann klein sein. Klein. Klein. Ja. Klein. Ich kann fliegen. Fliegen. Ich bin ein kleiner Fli-Di-Man. Fliegen. Ich kann fliegen. Ich will jetzt auch klein sein. Ah, geil. Ich hab Zombies. Ich hab Skelette. Skelette, die ich jetzt genau hier auf Boden klatsche. Und Monokoulos. Den klatsch ich jetzt auch da oben hin. Oh Gott, fett. Okay. Eck. Hier ist schon wieder ein blauer Pyro, Alex. Ja, guck mal, was ich mit dem jetzt mache. Wow. Oh, du hast vor der Achse getötet. Ja, der ist auch da. Ja, jetzt wird es. Soll ich ihn mal in die Konfi hauen? Nein. Wen denn? Okay. Wen denn? Marcel. Nein. Bitte nicht. Oh, jetzt hab ich ein Item. Oh, fuck yeah. Was hast du bekommen? Mit demoman war es. Das sieht einfach nur geil aus. Ich hab ein All-Class-Item bekommen. Ich bin besser als du. Tö. Also Hanyu hat ein All-Class-Item bekommen. Ja, Hanyu. Oh, oh, ich brenne. Ich glaub, der Typ will sich daran rächen, dass wir jetzt ihn mit dem Monoculus verkackt haben. Wer? Der Pyro da. Ja, es war Quadro. Achso. Ja, durch diese Mini-Form. Ne, ich glaub, durch diese Überheilung, die man jedes Mal bekommt, wenn man die Belohnung bekommt. Ja. Ja. Okay. Soll man aufhören, die ganze Zeit die Scheiße hier hinterzuschmeißen. Hauptsache, die haben sau viele Halloween-Dinger gemacht. Nur das Dumme ist, man kann die nur einmal im Monat, beziehungsweise zweimal eben... Ähm, nein. Es gibt jetzt auch so einen Zauber, mit dem man den Server verzaubern kann, dass der ganze Server kurz, ne kurze Zeit lang, ich glaub, 10 Minuten oder so Halloween-Mode hat. Egal, ob das in den Server-Properties, äh, drin ist oder nicht. Mann, äh, Quadro... Ne, das ist gar nicht Quadro. Nein, das Teil war offen und ich hab getauntet. Sonst hätte ich's überlebt, ey. Meine Fresse. Nein, erobert nix, ähm. Okay. M. ist nicht erlaubt. Okay, das hat Updates-Ried-Matter-Down. So, ich fett's mal rein. Und rein gefetzt. Was krieg ich? Komm schon, was krieg ich? Feuer! Feuer. Magiert. Ich hab den Monokulust. Ach, weißt du, ich mach jetzt Sniper und durfte den Arsch, weil er die Marke ist. Wow, ich hab immer noch Feuer. Ist da oben wieder ein blauer? Nein, nicht runterfallen! Bisskant. Wie gut, dass man seine, äh, Sachen behält, ey. Jetzt fett sich gleich hoch und spawn da oben wieder ein Monokulust, damit der verreckt. So. Und dann fett's. Und dann Monokulust. Ich bin Nazi, ey. Also, ich find's lustig. Ja. Ist es ja auch. Oh Gott, ey. Warum lagge ich auf einmal? Warum ist hier ein scheiß Teleporter mitten in meinem Weg? Weiß ich nicht. Egal. Ich komm mir als Demopahn. Warum hab ich auf einmal nur noch 30 FPS? Ich nehm gar nicht auf. Tja. Keine Ahnung. Ich steh mal mit. Also, ich nehm in Full HD auf und hab, äh, äh, 20 bis 30 FPS gerade. Doch, ich hab jetzt das eigentliche Misk zu Alex Ruth. Alex, es geht in die Hölle! Ja, aber wenn ihr mal guckt, ich hab jetzt... Oh nein. Schwabbel. Ich hatte jetzt, äh, den, den Alex. Unsichtbarkeit. Was hab ich? Achso, Double Jump. Ich hab Feuer. Ich warte einfach wieder, bis das Tor unten aufgeht. und dann fetz ich mit meinen Stickys rein. Fucking Sniper, ne? Tja, ne? Das Tor muss aufgehen. Das Tor muss aufgehen. Ich hasse einfach Sniper. Weil... Ach, du shit. Fetz. Ich hab so das Gefühl, Pyro ist der Teufel. Äh, ne, aber wenn ihr mal guckt, Alex, guck du mal. Ja. Hier, ich hab das Misk zu deinem Hut. Lass mich worteln. Ich denke, es ist mir los. Ich hab Paranoia Stufe 2. Hauptsache, wir haben einfach neuer Wortwahl. Ich höre die, ich denke jetzt in meinem, in meinem Kopf. Ich höre die, ich kann diese Stimme in meinem Kopf sehen. Das ist Paranoia Stufe 2. Ich bin der Heizige. Robert, fall in den Tod gefetzt. Ich bin der Heizige, der so meinen Millimeter nicht geschafft hat. Oh Gott. Du und dein CF-Clan wurdet niemals hier gebannt und so. Damals hier gebannt und so. Wä? LOL, was geht denn da ab? Du und dein CF-Clan wurdet damals hier gebannt und so soll es auch bleiben. LOL. LOL, ein Crossfire-Clan. Ich geh davon aus, dass Crossfire heißt. CF. Capture fucking. KKKKK. KKKKK. Spamt aber nicht zu viel eure Taunts. Ansonsten tauntet die und dann passiert dann was Böses. Nö, ich kann mich die ganze Zeit bewegen, während ich taunte. Nö, hier rein. Sobald das Teil offen ist, kannst du dich nicht mehr bewegen, weil dann der Geist weg ist. Was ist eigentlich Bountiful Bow? Bountiful Bow? Achso, das hat der gerade gefunden. Bei mir steht immer nur noch unknown item. Ich leuchte lila. Ich leuchte gar nichts. Blaue, blaue Wind, volle Kanner. Yes. Ich hab aber noch was. Sklitte. Ich hab das Gravitationsfeld. Sklitte. Ich latsch jetzt zu denen rein, ey. Euer CD-Clan. Nein, 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 nein. Leeroy Jenkins, ey. Steht da auf einmal vor unserem Spawn und denkt sich, nein. Leeroy Jenkins. Also ich hab ihn erwischt. Ja, ich fett's jetzt hoch. Oh Gott. Oh mein Skeletor. Ich fett's jetzt hoch und tue einfach den... Den Monokulass! Der hat doch... Der hat doch... Der Monok... Monokulass ist gerade einfach... Er ist da einfach runtergefetzt. Guck dir das an. Er ist da unten und macht nix. Oh ja. Das nennt man hilfreichen Gesellen. Tonten. Ich kotze jetzt dieser Sniper an. Tonten. Äh, tunten. 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 Wir... Wir tanzen. Der Monokulass. Wo ist Robert? Keine Ahnung, ich glaube... Boah, mich nervt hier jedes Arsch doch, ne? Oh geil, ich hab die Blauen schon wieder gewonnen, weil Gerot sich einfach nicht um Kümmern zu catchern. Nö. Wo sind Gerot? Wo sind die anderen? Du, ich geh gleich in den Blauen, ne? Oh, sei doch nicht so Pussy. Ist doch scheißegal, wenn die das Payload Race gewinnen. Echt, ey. Wir haben eh das... Wir haben eh dieses ungefüllte Buch. Was, worauf wir hier noch warten, sind Geschenke, die für uns spawnen. Ja, da könnten sie eigentlich auch genauso gut aufhören zu cappen, weil... Das bringt ja auch nichts. Ja, glaubst du, das interessiert die? Das sind Pappspieler, Robert. Äh, was hab ich jetzt bekommen? Unsichtbarkeit wieder mal. Hab ich bekommen. Oh, ich hab Doppeljump. Dann fetz ich gleich hinter. Und dann noch zwei Doppeljumps und dann... Bin ich der Erste bei diesem Scheißbuch, ey. Ich bin Mini. Mini. Mini ist gut, ey. Boah, es ist schon 22 Uhr 22. Oh Gott. Mich hat irgendwas Derbes getroffen. Ich bin einfach nur gestorben. Ich lebe noch. Aber schaffen wir es nämlich nicht richtig. Mieps, Geist dasein. Oh Gott. Leute, verbrutzeln mich. Eeeh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin in das Skled oben rein. Ich bin tot. Ja, ich bin in seinem Auge. Ich bin die Fliege, die ihm auf den Sack geht. In seinem rechten oder in seinem linken Auge? Boah, diese verfickten Sprüche, ne? Der fucking Pyro. Ich komm gar nicht, indem sein Auge rein bin. Muss einfach nichts machen, Geister. Aber ich flieg da vor rum. Ich geh auf den Sack. 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 Thomas, stell Hannuys Team Fortress of English. Ich bin hier. LOL. Monokulos. Direktor 3. Sack. Haben wir einen Spy? Ja. Nee, die anderen. Also, keine Ahnung, oder soll ich das wissen? Ich hock hier oben wieder mit Alex und mach den Tanzi. Tanzi? Tanzi. Ja, warte. Tanzi. Aber da versucht wieder jemand auf uns zu ziehen. Ja, das ist irgendein Pyro. Hat der nix besseres mit seinem Leben zu tun? Nö. Ich stell mich einfach hier rein und mach den Tanzi. Irgendwer ist ihn töten gegangen. Los, tanz mit mir. Ich brenne. Mach den Tanzi. Wir sind einfach besoffene Idioten, dass wir das auch nur lustig finden. Was ist eigentlich die Witch-Auer? Aua. Ja. Ich lass den da nicht mehr raus. Ich lag einfach zum scheiße Derbe. Meine FPS gingen konstant runter. Meiner nicht. Ja, der App. J, J, äh, dieser... Der hat... Der hat vorher das Problem. Ich weiß nicht warum, oh Gott, da waren nackte Frauen wieder. Ah, jetzt hat er mich auch getötet. Dieser Homo. Der hat echt nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit da zu sitzen und sich zu denken. Was tue ich da? Jetzt habe ich eh nen Spell. Ich auch gleich. Wow. Ich habe ein Magnetfeld. Mini! Ich habe Skelette. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Oh Gott, ey. Noch mehr Mini-Action! NEIN! Ich habe auch irgendwas bekommen. Meine Leiche! Der am Tothunk retten. Oh, er hat's geschafft, ich sind bei uns zu... Was? Das war hundertprozentig ein Backstab. Ja. Oh mein Gott. Langsam hab ich keinen Bock mehr, aber einfach keine scheiß Beschenke mir ist dran. Scheiß drauf, komm einfach wieder zu uns hoch und tanz! Ja, ey. Spawn-Campy. Spawn-Campy. Äh, fast zur Hölle. Auf einmal hab ich mich wegteleportiert und bin in die Lava gefahren. Ma'am. Ma'am. Wegen scheiß Skeletten, ey. Musst du den Ma'am wegen scheiß Skeletten machen. Oh Gott. Die gewinnen schon wieder gleich. Das sind solche Tryhards. Ich hab die gerade abgehalten. Ich hab die gerade abgehalten. Oh shit. Tanzen. Okay, ich glaub das reicht für die Aufnahme. Tschüss.